Take me tonight, genau. Anything is possible. Wollen wir eine Runde schmusen? Ne, später. DAW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. So und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblings-Podcast. Die DAW Versteher melden sich hier direkt aus dem siebten Himmel für audiophile Podcast-Liebhaber. Und an meiner Seite hier in der Regie A vom Storia Mastering-Studio, der Mann, der den Punk damals aus dem Sauerland in die Welt tragen wollte. The man himself, Björn, die goldenen Ohren von Holtwig Schlüter. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön und ich freue mich natürlich sehr, dass mein lieber Freund den Weg aus Münster-Wolbeck wieder auf sich genommen hat, der zu allen Themen immer noch eine Geschichte weiß, egal ob von früher oder von gestern. Oder von gerade. Oder von gerade, wir werden darauf zu sprechen kommen. Mein lieber Freund und natürlich der Recording-Blog-Papst himself, Jonas Wagner. Es ist weißer Rauch auf dem Ding. Genau, tatsächlich bin ich heute zu spät gewesen. Und wo du das gerade sagst, ich habe immer eine Geschichte, ich habe immer eine Geschichte, witzigerweise. Tatsächlich bin ich gerade zu spät gewesen, weil ich in meiner Heimatstadt Coesfeld, durch die ich immer durch muss, wenn ich nach Holtwig fahre, beim Bäcker angehalten habe, um natürlich Kawakbällchen zu kaufen für uns, die wir heute wieder mal fantastisch gemundet haben. Nur falls ihr euch fragt, warum ihr die hier nicht seht, die sind schon alle weg. Aber beim Bäcker habe ich einen alten Kollegen getroffen und stehe so in der Reihe. Die Bäckerei-Fachverkäuferin war angesichts der 20 Kunden, die im Laden standen, hoffnungslos überfordert, aber hatte gute Laune und Geduld. Und dieses Schild, dieses höhnisch grinsende Schild Verkäuferin gesucht, war schon wirklich sehr beeindruckender auf der Seite. Vor allem, weil es fast so groß war wie der Laden, was auch den Bedarf dann auch zum Ausdruck bringt. Und dann kommt dieser etwas kugelige, graue, kahlköpfige Typ rein, guckt mich an, fängt an zu grinsen und in meinem Hirn fängt es an zu rattern. Und das war damals der Grund, warum ich mir damals die Augen hab lasern lassen, weil ich wollte einfach zehn Meter mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, wer derjenige wo sein könnte. Damals war ich nur kurzsichtig. Und dann, Dieter, was machst du denn hier? Ja Mensch, Jonas, das gibt es doch gar nicht irgendwie. Und jetzt könnte man sagen, ja okay, Dieter und Jonas treffen sich beim Bäcker, aber Dieter ist die Keimzelle, warum wir hier sitzen. Ich kann es gar nicht größer machen, weil Dieter ist Schlagzeuger in Coesfeld, Legende. Dieter Kock, Fahrlehrer und Schlagzeuger. Das ist schon eine Kombination, die als solche normalerweise nach Alkoholiker schreit, aber in dem Fall jetzt mal nicht, sondern einfach ein fantastisch angenehmer Typ irgendwie, sehr kommunikativ, mit allen vernetzt und mit allem irgendwie. Aber seit 100 Jahren schon so. So, und Dieter ist, glaube ich, zehn Jahre älter als ich und hatte damals in einer Band gespielt, die hieß Acoustic Ovation. Die machten Akustikmusik offensichtlich und der Hauptsänger, der hatte halt eine Ovation-Gitarre, also Acoustic Ovation. So, die brauchten, die wollten ein bisschen elektrischer werden und haben dann gefragt, ja wir wollen so ELO-Zeug spielen und so weiter. Also Electric Light Orchestra für die Leute, die es nicht übersetzen können und Jeff Lind Zeug. Und brauchten Gitarristen und weil mein Schulkollege Ralf, mit dem ich Abitur gemacht habe, bei denen Bass gespielt hat, hat er gesagt, weißt du was, ich kenne da einen, ich rufe den Jonas mal an, der hat da bestimmt Bock drauf. Der kann auch singen, weil er war auch fünfstimmiger Gesang und so weiter. Also da rein, ich da hin, gespielt, ja super, alles klar, matchte. So, alles klar. Dieter ist aber, wie gesagt, gut vernetzt und kannte die gesamte Musikerszene drumherum auch, über Kreis Coesfeld. Ganz im Westen Münsterland. Alle kannten Dieter und Dieter kannte alle. So, jetzt kam die Situation, dass Anfang der 1990er eine kleine Comedy-Cover-Kapelle durchstartete, die nannte sich damals Proll. Und die brauchten einen Gitarristen, weil der Gitarrist musste hauptberuflich in seinem Beruf als PA-Verleiher wieder arbeiten, hatte also keine Zeit, weitere Auftritte zu machen. Die brauchten Gitarristen und mein Kumpel Amaretto, heute Kumpel Amaretto, der da Bassist war, sagte zu seinem Kumpel Dieter, kennst du einen Gitarristen? Und Dieter sagte, ja, bei uns in der Band spielt einer, den könnte ich mal fragen, der kann auch singen. Das war ich. Also ohne die Schnittstelle Dieter wäre ich nicht an meinen Kumpel Amaretto geraten. Der andere Part von der Band war Atze Schröder. Suproll, Anfang der 90er, Comedy-Legende, wir haben wirklich viel erreicht und so weiter, bis wir aufgehört haben und ich dann andere Schritte gemacht habe, um dann irgendwann im Management von Atze Schröder zu landen und so weiter und so fort. Und dann auch irgendwann hier zu landen. Das heißt, ohne die Keimzelle Dieter Kock, der gesagt hätte, ich kenne deinen Gitarristen. Und wenn ich damals Nein gesagt hätte, wäre natürlich, ich hatte ja auch studiert oder ich wollte studieren, hätte ich auch Nein sagen können. Nein, wenn Dieter nicht gefragt hätte, würden wir uns nicht kennen. Ist das nicht großartig? Also sind wir alle, also ich spreche jetzt mal stellvertretend für alle Zuhörer und Zuschauer vom Regolium Block, müssten wir eigentlich dem Dieter alle sehr dankbar sein. Ja, wir geben dem Dieter einen aus. So schön so einen Wurstkorb schicken oder so. Also Legende Dieter Kock aus Coesfeld, faszinierender Typ, irgendwie super. Da habe ich meine ersten Tanzmucken mitgemacht. Ordinal Hochzeiten gespielt und so ein Zeugs, alles mit Dieter nebenbei natürlich. Acoustic Ovation natürlich für Spaß irgendwie. Und dann Hochzeiten gemuckt mit meinem Kumpel Ralf am Bass. Und dann haben wir im Dorf Münsterland irgendwie 60. Geburtstag gespielt und so ein Zeugs irgendwie. Deswegen kenne ich natürlich auch diesen ganzen Schmarrn, der da auf Tanzbühnen gespielt wird und so weiter, in- und auswendig. Ja, es gibt auch so einen Film, der das ganz gut widerspiegelt in einem Buch. Ja, vielleicht ist es mein Gemüt. Das ist so die Kombination aus meinem alten Beruf, irgendwie Tanzmucke, irgendwie Coverband und so weiter und so fort. Ja, Dieter Kock, den treffe ich und deswegen habe ich mich verplaudert und deswegen bin ich zu spät gekommen. Und das ist eine von den Geschichten, die ich so liebe. Es sei dir aber verziehen. Wenn ich dann so zurückkurbel und denke so, wo war eigentlich die Keimzelle? Und ich war eigentlich immer bei der Keimzelle. Ich hätte damals Nein sagen können, als ich gefragt wurde. Also ich hätte sagen können, nee, ihr Zivildienst und ich will ja auch studieren und so weiter. Das passt einfach nicht irgendwie so. Außerdem waren die beiden, also Azo und Amaretto sind auch 15 Jahre älter als ich. Also von daher ist da schon ein Gap irgendwie und mit Anfang 20 irgendwie die große weite Welt zu gehen. Aber egal. Ich kenne das durchaus. Also es gibt ja immer so Punkte im Leben, wo man sagen wir mal, wenn man jetzt diese Auswahl nicht gewählt hätte. Sondern vielleicht Nein gesagt hätte oder Ja gesagt hätte, wie auch immer. Es gibt auch nur so, eigentlich gibt es nur einen Moment, wo ich so bei mir zurückdenke auch. Ich hatte damals eine Band, eine Punkband namens Corrosive. Und ich sage mal so, wir waren eigentlich gar nicht schlecht. Also es war irgendwie jetzt kein sehr aggressiver Punk oder so, sondern eher so ein bisschen in diese ganze... Spaß-Punk. Ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen, Wieso war da schon. Ich meine, Wieso ist ja auch sehr politisch und durchaus auch eckig an vielen Stellen. Aber das war so, Wieso, Ärzte... Also ich sage jetzt mal, alles ein bisschen gediegener vom Hintergrund. Sauerland, nicht Kreuzberg. Genau. Also wir haben in der Garage vom Evangelischen Pfarrheim geprobt. Das sollte einiges... Aber wenn man in die DDR guckt, da war die Evangelische Kirche auch durchaus eine Keimzelle für die Punkbewegung. Und wir haben damals einen Band-Contest gewonnen in Soest. Und dieser Band-Contest war unter anderem durch... Im Schlachthof oder wo war der? Ne, der war im Sonic hieß es damals. Im Sonic, wow. Dann hieß das mal 21 Music Club. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mitinitiiert und dann dementsprechend auch als Juror war Sascha dabei. Ja, der kommt ja aus Soest. Der kommt aus Soest, genau. Viele werden ihn kennen. Vielleicht auch als... Wie heißt er? Dick Brave hat er dann nachher. War ein Hamburger mittlerweile. Genau, Dick Brave in the Backbeats. Naja, und der erste Preis war eine Studioaufnahme. Cool. Inklusive allem Drum und Dran und eben auch Veröffentlichung auf einem Label. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, ob das Sascha damals mitgehört hat. Oder ganz genau, weiß ich das nicht. Und wir haben halt irgendwie so, naja, ich nenne es jetzt mal mehr oder weniger konsumerfreundlichen Punkrock so gemacht, irgendwie mit vornehmlich deutschen Texten. Und wir hatten aber einen Song, der war ein totaler Popsong. Also ein richtiger Popsong. Alle erfolgreichen Punk-Songs sind Popsongs. Und genau zu diesem Zeitpunkt auch, oder mehr oder weniger, in der Zeit kam so diese ganze Killer-Pilze-Geschichte auch auf. Was ja auch eigentlich eine Punk-Band war. Ihr wart ja auch jung damals. Mega, ich war jetzt nicht ganz so jung wie die Killer-Pilze, aber wir waren auch irgendwie 19, 20 irgendwie. Und da war es ja auch so, dass die ja auch, ich sage jetzt mal, ihre Musik, rückwirkend sagen sie das ja auch selber, weicher gespült haben sozusagen, um eben dann auch diesen Erfolg zu haben. Und wir waren total happy, haben halt diesen Band-Contest gewonnen. Und dann wurde uns dann nachher gesagt, ja, ihr habt den eigentlich nur wegen diesem einen Song gewonnen. Okay. Also der Rest ist ja... Den geben wir übrigens weiter an die Killer-Pilze. Der Rest ist ja sowieso, ist ja immer das Gleiche, ist ja Punk und so. Ja, ja. Bla, bla. Genau. Aber der Song, der hat da Potenzial. Und wir müssen jetzt noch zwei mehr schreiben in der Richtung. Und dann würden wir das auch ein bisschen vermarkten. Und dann machen wir aus euch die neuen Killer-Pilze 2.0 so. Und dann haben wir so damals gesagt, ja, nö. Holen wir aber gar nicht. Holen wir gar nicht. Ja, aber hier, ne. Schaut mal, was wir da machen können. Und die Connections. Und wir haben da Connections zu dem. Und weiß ich nicht. Und rückwirkend, klar, hat man schon mal drüber nachgedacht so. Okay, was wäre denn gewesen, wenn wir es tatsächlich gemacht hätten? Das wäre ja keine Garantie für irgendwas gewesen. Aber vielleicht hätte es einen anderen Weg bedeutet. Aber immer wieder, wenn ich dann mal fünf Minuten länger drüber nachdenke, denke ich auch so, das wäre aber wahrscheinlich sowieso voll in die Hose gegangen. Selbst wenn es erfolgreich gewesen wäre, hätte man damit ja gar nicht umgehen können. Geschweige denn, das so einordnen können in dem Alter, dass man... Guck dir Adel Tivil an. Der ist ja das beste Beispiel dafür. Der war ja auch in so einer Boyband, Anfang oder Mitte der 90er irgendwie. Und der spricht ja auch ganz offen über das, was dann danach kam, nach der Boyband. Und dieser tiefe Absturz, den er da hatte irgendwie. Weil plötzlich waren alle weg, Geld war weg, das Drumherum war weg, der ganze Alltag war weg, der dazugehörte und so weiter. Und bis der dann mit, du bist vom selben Stern, mit Annette Humpe, durch Zufall, weil der im selben Studio war. Ich und ich, ne? Ich und ich, genau. Oder Inga Humpe, eine von beiden, auf jeden Fall Annette, glaube ich. Inga? Ja, egal. Auf jeden Fall, durch Zufall auf diese Frau trifft im Studio und dann wirklich diese Geschichte nochmal neu schreiben kann, ne? Ja, das ist schon ungewöhnlich. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Eine zweite Karriere zu haben, ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Komme ich gleich auch beim Song, den wir dieses Mal ausgewählt haben, nochmal zu. Aber das ist wirklich selten, sagen wir mal so. Oder die, wenn du die Kaulitz-Zwillinge nimmst, die sich ja im Prinzip, die sind ja jetzt auch nicht mehr für ihre Musik bekannt. Also wenn du Musik von denen hörst, dann denkst du ja, ist ja ganz nice irgendwie. Aber die haben sich ja selber zur Marke gemacht, ne? Genau, und das 15 Jahre später. Oder 10 Jahre später. Ja, ja. Und es gibt in der WDR-Mediathek gibt es eine Doku über Echt. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Ne, die Doku nicht. Die Kim Frank selber gedreht hat. Kim Frank ist ja, nachdem dann Echt zu Ende war und der auch alle Tiefen einmal durchgemacht hat, ist ja dann Filmer geworden und hat halt auch diesen Film gefilmt, diese Doku gefilmt. Aus der Ich-Perspektive als Regisseur, aber auch als Insider natürlich irgendwie. Und dann die Jungs nochmal zusammengebracht und reflektiert, was damals eigentlich passiert ist mit Echt. Das war Irrsinn, totaler Irrsinn, dass du darüber nicht bekloppt wirst, ist alles irgendwie. Und selbst ich, ich habe es ja gerade angedeutet, wir waren bei Seproll, waren wir damals auf dem aufsteigenden Ast, musste mir irgendwann von meinem Bruder sagen lassen, sag mal, wann bist du denn eigentlich so ein Arschloch geworden? Und dann habe ich zur Seite geguckt, wie meinst du das denn jetzt? Der war Rodi bei uns, ne? Und Stage Manager und so weiter. Und ich sage, wie meinst du das denn jetzt? Ja, wann bist du denn eigentlich so ein Arschloch geworden? Und dann machte das so Knips in meinem Kopf. Und ich habe gesagt, ja, was bin ich eigentlich für ein Arschloch geworden? Irgendwann hast du nur noch Leute, die dir den Arsch hinterher tragen. Und du merkst es eigentlich gar nicht mehr. Und ich zitiere dann an der Stelle immer gerne meinen alten Schützling, Mike Krüger, den ich ja lange gemanagt habe, der dann von Tour nach Hause kam. Und dann vom Frühstückstisch aufgestanden ist. Und dann hat seine Frau gesagt, ach so, räumen wir unser Geschirr jetzt nicht mehr selber weg? Der feine Herr. Und dann hat er wieder gemerkt, Moment mal, Tourneemodus aus. Ich bin zu Hause. Mir trägt jetzt hier nicht jeder den Arsch hinterher. Oder bei Atze. Wenn Drehpause war oder wenn Drehschluss war oder so, woran merkst du eigentlich, dass jetzt alles Atze nicht mehr gedreht wird? Ja, dass ich mich nicht umdrehen kann, ohne dass mich einer abpudert oder mir einen Text hinhält oder sonst was irgendwie oder den Arsch hinterher trägt oder so. Und dann musste ich damals auch diese Frage über mich ergehen lassen. Und ich kann jeden verstehen, der in dem Alter komplett durchdreht, weil du kannst gar nicht anders als verrückt werden. Und die Leute, die dabei stehen geblieben sind, vor denen ziehe ich noch mehr den Hut. Also, was weiß ich, ein Justin Timberlake zum Beispiel, jemand, den ich eigentlich wahrnehme als jemand, der immer stehen geblieben ist. Der wird sicherlich auch seine Ups und Downs gehabt haben, aber der musste zum Beispiel zum Selbstausdruck sich jetzt nicht komplett mit Tattoos plastern, wie Justin Bieber zum Beispiel, der das bestimmt gemacht hat, weil er es schön findet und nicht, weil er zwischendurch auch mal ein bisschen sich fühlen wollte beim Stechen oder so. Andere ritzen sich. Aber das jetzt, gut, das haut jetzt ein bisschen zu sehr drauf. Ich kenne den Mann ja. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Aber da wirklich nicht durchzudrehen, ist totaler Wahnsinn. Deswegen nochmal Respekt. Und deine Entscheidung, würdest du heute wieder so entscheiden? Total. Also, wir haben das ja damals auch ganz, ganz demokratisch auch als Bentern so entschieden. Also, es war jetzt ja nicht so, dass dann zwei gesagt haben, boah, das müssen wir jetzt unbedingt machen, das ist jetzt die Chance. Sondern wir haben alle gesagt, nee, wenn wir jetzt etwas sein müssen, was wir halt nicht sind, also wenn wir uns jetzt dafür verstellen müssen, dann kann das ja nur immer sehr kurzzeitig funktionieren. Weil irgendwann möchte man ja mit Sicherheit gerne mal wieder man selber sein. Und das wird jeder verstehen, der auch außerhalb der Musikbranche sich für irgendwas mal komplett verzehren musste. Für seinen Bürojob, für, weiß ich nicht, für eine Beziehung oder so. Das geht vielleicht eine gewisse Zeit mal gut, aber mit Sicherheit nicht auf Dauer. Und deswegen bin ich da immer noch, wer weiß, was da damals passiert wäre, keine Ahnung. Mittlerweile bin ich froh, dass ich ja die Musikindustrie aus irgendwie verschiedenen Blickwinkeln schon gesehen habe. Sei es irgendwie als Musiker, als Produzent, als FOH-Techniker, als Mixing-Engineer, als Masking-Engineer, wie auch immer. Du hast ja verschiedene, du hast ja dann mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Stellen zu tun und du siehst so verschiedene Mechanismen, wie sie funktionieren oder wie sie auch eben nicht funktionieren. Und da bin ich eigentlich immer ganz froh, da habe ich eigentlich immer ganz, wie sagt man das, Glück gehabt bisher, so immer an gute Leute getroffen zum Beispiel. Ja, und du kannst das auch differenzieren, weil du jeden Blickwinkel schon mal hattest oder so. Ja, das stimmt. Es gab so eine Doku über Apache 207, die ich gesehen habe. Der Typ ist ja auch ein Phänomen, absolut. Und der ist ja auch nicht doof, nur weil die irgendwie so Ghetto-Sprech haben oder sonst was irgendwie oder so, hier Digga, Alter, hier unten im Benz und so weiter. Da heißt das ja auch noch lange nicht, dass die doof im Kopf sind. Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Genau. Also die können auch, wenn die müssen, ein astreines Hochdeutsch sprechen und da denken die gar nicht drüber nach beim Umschalten. Aber bei dieser Doku ist dann halt auch dieser Wust drumherum irgendwie und den ich natürlich aus meiner Menschen-Blickbrille auch beobachte und so weiter und denke, ja, die hat es immer gegeben, die da drumherum hängen. Die hängen dann mit denen ab und sind dann so mit dran und drin und so weiter. Aber das sind alles nur Leute, die mitlaufen. Also sind keine Macher, sondern das sind Mitmacher. Und die haben Glück gehabt, dass sie zu der Zeit da waren und so weiter. Aber geschehen, ich will auch da über niemanden urteilen. Es gibt da bestimmt genügend Leute, die einfach nur rumsitzen und ein bisschen steuern. Ich sage nur Rick Rubin zum Beispiel. Kennst du Rick Rubin? Mixing-Legende. Langer, weißer Bart. Hat schon, ich glaube, für Zeppelin schon gearbeitet und für, ich glaube, der hat auch für Jimi Hendrix schon gearbeitet und so weiter. Von dem habe ich neulich ein Video gesehen, wie der eine Mix-Session gemacht hat. Die Mix-Session war wie folgt, also eine Recording-Session war das in dem Fall. Die Recording-Session war wie folgt. Am Pult sitzt einer, der das bedienen kann. Dahinter so eine Bank. Da drauf liegt Rick Rubin und steuert quasi mehr oder weniger, gibt nur so Impulse rein. Mehr oder weniger. Den Rest machten die anderen. Da habe ich gesagt, das ist doch mal ein Job. Das ist ein Job. Einfach nur so mit deinem Know-How, mit deiner Erfahrung. Wie fühlst du dich damit? Kannst du vielleicht noch ein bisschen so machen? Finde ich gut. Mach doch nochmal. So einfach gute Vibes reingebracht. Irgendwann denkst du so, geiler Job. Ey, das finde ich wieder, das ist mal ein Mixing-Engineer-Job. Ich habe jetzt wieder so ein bisschen in den letzten Wochen Rockpalast. Rockpalast ist ja der meisten Begriff. Ich glaube, gibt es da überhaupt noch aktuelle Formate irgendwie? Ja, tatsächlich ganz, ganz viele im WDR. Neue Konzerte. Ja, okay. Aber nicht in der Größe wie früher. Rockpalast hat ja auch sehr, sehr viel Dokumentation und so Behind-the-Scenes und Bands bei Produktion begleitet. Also für alle ist mir sicher für den einen oder anderen interessant, der das vielleicht jetzt auch noch nicht gesehen hat oder sowas. Also gibt es bei YouTube einen Kanal, Rockpalast. Und da habe ich mal so ein paar Videos geguckt. Da gibt es dann irgendwie so, ganz witzig, Kraftklub auf Club-Tour und sowas. Und unter anderem habe ich ein Video gesehen von In Extremo. Ah, okay. Das muss ich mal angucken. Die, wir haben es jetzt genannt, die bekannteste unbekannte Band in Deutschland. Die ja von Vincent Sorg produziert. Ja, genau, darauf will ich hinaus. Das ist eine Doku über ihr 20-jähriges Jubiläum, glaube ich. Und ich fand die so, ihr seid auch schon älter. Ja, ja. Und ich fand die mal, auch so Anfang der 2000er oder so um den Dreh, fand ich die mal total toll. So in diesem Übergang, wenn man so, okay, ich mag jetzt irgendwie Rock oder härtere Musik. Dann ist jetzt ja die Einstiegsdroge meistens eher irgendwas, was dann schon im kommerziellen Bereich stattfindet, aber nicht so richtig. Ja, ja. Naja, also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige und lohnenswerte Doku. Aber dann kommt plötzlich der Moment, wo dann der Schwenk, wenn du quasi vom Feldweg in Ottmas Bocholte abbiegst und dann auf den Hof so seitlich drauf fährst auf die Prinzipalstudios. Ach, guck mal, ne? Jetzt bin ich gespannt. Wer kommt jetzt? Vincent oder Uwe? Ja, beide. Beide haben die produziert, witzigerweise. Aber das ist auch mal wieder interessant. Jörg, Entschuldigung, nicht Uwe. Jörg, genau. Und dann so Szene da aus der Regie. Moment, wehren oder schon Bildschirme? Ne, ne, schon, ne, das Pult war schon raus. Ja, okay. Pult war schon raus, ja, genau. Aber da war dann auch wieder irgendwie so ein Moment, wo Vincent so in seiner liebevollen Art so, ging um irgendeine Dudelsack-Melodie oder hier diese Flöte oder sowas. Und dann spielt er was und er bricht ab und singt es irgendwie nochmal vor. Mach nur die drei Töne, der Rest ist einfach scheiße. Manchmal muss man die Blumen auch weglassen und einfach gerade ausspringen. Genau, ist einfach scheiße. Irgendwie so sagt er das. Also nagelt mich nicht fest, guckt es euch mal an. Es gibt auf jeden Fall mehrere lustige Situationen in dieser Dokumentation. Da musste ich wieder an, äh, musste ich wieder an, an Vincent und an das Prinzipal, an die Prinzipalstudios denken. Und das ist eine schöne Vorlage, weil ich habe tatsächlich für jedes der Wochenenden noch einen Platz übrig. Oh, hat da jemand abgesagt? Ja, also irgendwann kommt auch mal das Leben dazwischen, wo du dann feststellst, okay, alles klar, hätte ich mir gerne gegönnt, geht aber nicht. Deswegen, falls jemand Interesse hat, diesen Vincent Sorg unter einem von in Extremo auf Hosen mal live zu erleben an einem Wochenende in einem fantastischen Ambiente und so weiter, dann guckt mal hier unten unter dem Video, da ist der Link, oder in den Shownotes, ist der Link zum Shop im Recording-Blog, recordingblog.com-shop ist die Adresse. Und da gibt es dann einen Link nochmal zum Mix-Wochenende. Das heißt, wer da noch Bock drauf hat, kurzfristig dann teilzunehmen, Ende August und Anfang September jeweils ein Wochenende, vier Tage im Prinzipalstudio in Obmanns-Bochholz. Und wir sind auch da. Und wir werden auch da sein. Wir werden auch wieder einen Live-Podcast aufzeichnen. Auch davor werden wir unsere Teilnehmer nicht verschonen. Damit werden wir sie nicht verschonen. Letztes Mal hielt sich die Begeisterung tatsächlich, kann man ja mal sagen, in Grenzen, weil alle einfach komplett im Arsch waren. Ja, die haben den ganzen Tag schon gearbeitet und da war die komplette Matsche. Okay, und dann, als wir dann fertig aufgezeichnet haben, so, Alter, wie krank seid ihr eigentlich? Ey, sitzt hier zwölf Stunden, saßen wir da irgendwie im Studio oder elf, morgens neun irgendwie. Frühstück um neun. Frühstück um neun, dann haben wir irgendwie zwei, drei Stunden Drums gemacht und keine Ahnung und dann hier am Arrangement gebastelt und so. Und dann den ganzen Tag nur ein Nerd-Talk und hier, lass uns doch da mal, weiß ich nicht, lass doch da mal auf die vier gehen und da nochmal vor halt und weiß ich nicht. Und hier machen wir auf der drei Unschluss und dann nach gefühlt zehn Stunden produzieren. Oh, der war noch Licht und Kamera auch. Genau, und da setzen wir uns dann eine Stunde hin und labern tatsächlich nochmal. Und das ist kein schlechter Podcast geworden. Ja, das ist schon... Sogar mit Zwischenapplaus und so. Mit Zwischenapplaus. Da freue ich mich schon total drauf und falls jemand jetzt spontan feststellt, hey, es gab gerade eine Rückzahlung vom Finanzamt, ich habe nochmal Bock drauf. Wie gesagt, unter recordingblogs-shop gibt es einen Link zum Mix-Wochenende. Kriegt man von denen auch Geld wieder? Von wem? Vom Finanzamt? Habe ich schon mal gehört, also meistens Angestellte, nicht Selbstständige wie wir. Also wir zahlen immer nur, zumindest gefühlt. Wie hat es so schön, ich habe eben schon erzählt, es gibt ja einen neuen Podcast, den ich jetzt auch sehr gerne höre, die Stabilen Nachbarn. Ja, ich hatte nur in meiner Vorschachliste, habe ich das gesehen, aber ich habe noch nicht draufgeklickt. Ozan Yaran und Sprünki. Und wie hat der Ozan Yaran das so schön gesagt? Er wurde nämlich viermal über die Grenze Deutschland-Österreich, also München-Wien gefahren mit dem Zug und wurde viermal stichprobenartig kontrolliert und hat dann so gesagt, Alter, weißt du, wie viel Steuern ich zahle? Dieser Polizist, der gehört mir. Also bloß nichts gegen die Sicherheitsorganisation, ganz im Gegenteil. Wir haben eine ganze Menge Arbeit. Ich hatte nur neulich in so einem Interview auch eine Frau mit, ich nenne es jetzt einfach mal Zivilcourage und das war es dann wohl auch, die in so einer S-Bahn saß und dann kam so eine dunkelhäutige Familie rein, und so weiter und die wurden kontrolliert, alle anderen nicht. Ja, genau. Und dann ist sie zu denen hingegangen und sagt, hätten sie die auch kontrolliert, wenn die keine dunkle Hautfarbe gehabt hätten? Und hat einfach mal Tacheles geredet und gesagt, manchmal muss man die Leute einfach mit den einen Vorurteilen konfrontieren. Ich muss das persönlich bei mir auch machen, aber das ist so. Ja, vor allem war jetzt da bei den stabilen Dach von deinem Podcast auch, ja mein Gott, die haben halt drei Leute im Abteil kontrolliert und es waren alles Leute mit Migrationshintergrund. Und Usain sagt auch, ja, es ist ja auch okay und gerade es gibt ja auch, das ist ja so eine bekannte Flüchtlingsroute auch dann irgendwie über Österreich und so. Ja, aber dann sei doch empathisch und sensibel und kontrollieren noch zwei Weiße. So einfach nur... A, das, aber B, wer, der denn illegal in Deutschland einreisen möchte, setzt sich in einen Zug. Also kannst du mir doch nicht im Ernst erzählen, dass einer, der auf jeden Fall in dieses Land reinkommen will, dass er eine der offiziellen Routen durch den Zug oder über eine Zollkontrollstelle nimmt. Die nehmen wir nicht als Geschenk. Das nur am Rande. Was soll ich dir dazu sagen? Übrigens, ich habe mir heute Notizen gemacht, weil ich vergesse immer so viel, wenn wir uns treffen. Ich auch. Weil wir immer über alles Mögliche sprechen, wo ich dein T-Shirt sehe. Kennst du die Band Wolfpack? Nee, kenn ich nicht. Ich kenn nur Theo Kätzbände, Gitarristen von Wolfpack und Schlagzeuger und Keyboarder und Sänger und Mastermind und sag was, ja. Blöderweise habe ich die Frage eben tatsächlich schon mal an mich gestellt, aber leicht anders. Und ich habe gedacht, der will mich verarschen. Aber ich war anscheinend noch so berauscht von bei 35 Grad in der Dachgeschosswohnung eine halbe Stunde rudern heute Morgen. Du hast dein Hirn rausgerudert. Alles weggerudert, alles verschmolzen irgendwie, dass mir nicht aufgefallen ist, dass du ein Theo Kätzmann-Shirt trägst. Ja, doof. Ich war sogar beim Live-Konzert. Stimmt, du warst in Hamburg. Also, die Band Wolfpack, kennst du natürlich, selbstverständlich. Ich habe sogar ein Album von denen. Vielleicht kennen das ja auch einige unserer eifrigen Zuhörer. Was ich aber nicht wusste und das habe ich tatsächlich auch aus einem YouTube-Video jetzt gelernt. Nämlich, ich weiß gar nicht, wie hieß das Video, wie eine Band Spotify um tausende Dollar betrogen hat oder sowieso. Und da habe ich gedacht, hm, das klingt fantastisch. Guck mal rein. Nach unserem letzten Spotify-Bashing hier passt das ja ganz gut. Also, die Band Wolfpack, relativ am Anfang ihrer Schaffenszeit, die haben ein Album. Also, die aktuelle Besetzung, meinst du? Ich weiß nicht, ob das die, also so genau kann ich es dir jetzt nicht sagen. Darum soll es auch nicht gehen, sondern es geht einfach nur um die Band Wolfpack. Und die haben sich überlegt, naja, wir müssen irgendwie Kohle generieren, weil wir wollen gerne auf Tour gehen. So, jetzt hatten die eine kleine, aber sehr loyale Fangilde, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal irgendwie so ein paar tausend Fans. Es reicht aber eben nicht, um damit jetzt eine dicke Tour zu finanzieren. So, also haben sie sich überlegt, wir veröffentlichen jetzt, das war auch in den Anfängen von Spotify, ne? Wir veröffentlichen jetzt ein Album auf Spotify. Das Album hatte den Namen Sleepify. So, und dieses Album hatte, ich weiß es nicht, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, hatte auf jeden Fall, weiß ich nicht, 10, 12 Songs. Ja. Und Inhalt der Songs war Stille. Aufgabe war aber für die Fans wahrscheinlich, das abzustellen, ne? So, Aufgabe, wenn ihr abends ins Bett geht, nehmt euer Laptop oder euer Handy oder Tablet und schmeißt dieses Album an, weil, jetzt können ja einige sagen, ja, ist ja, mein Gott, du kannst ja jedes Album endlos streamen, machst du einfach den Ton aus. Ja. Das merkt Spotify. Ach, wenn du den Ton runterdrücken willst? Wusste ich auch tatsächlich nicht. Ach, okay. Ja, genau, also du kannst, keine Ahnung, externe Boxen anschließen an dein Handy und dann halt die Boxen runterdrehen, aber sobald du am Handy den Ton quasi auf Null stellst, merkt die das und dann wird es eben nicht als Stream gezählt. Ach, genau. Ja, wusste ich auch nicht. Okay. Wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall haben die das Problem ja damit umgangen, dass sie dann, ich weiß nicht, die Songs waren auch, genau, ab 30 Sekunden zählt ja ein Stream erst. Nach 30 Sekunden Spielzeit und die Songs waren alle 31 Sekunden bei 32 Sekunden. Also die haben das System gespielt. So, die haben es wirklich durchgespielt und haben dann tatsächlich, bis Spotify, das dann irgendwie mal gewahr geworden ist, haben die 20.000 Dollar eingenommen und was ich dann richtig cool fand, in den Städten, du kannst ja über Spotify und über alle Instagram, YouTube, du kannst ja genau sehen, aus welcher Stadt schauen jetzt die meisten Leute zu oder in welcher Stadt wurde das Album am meisten gestreamt. Und da haben die dann die schon veranstaltet, natürlich. Genau, wo sie am meisten gestreamt wurden, haben sie kostenlose, kostenlose Konzerte dann stattfinden lassen. Sensationell. Und ich fand das so geil und hatte davon wirklich noch nie gehört. Ja. Und dieses Album Sleepify ist allerdings nicht mehr, gibt's nicht mehr bei Spotify, wurde von der Plattform gelöscht und ich hab mir dann auch sagen lassen oder in dem Video wurde auch gesagt, dass sie die Richtlinien oder ihre AGBs dahin angepasst haben, dass dann, es muss dann halt irgendwas enthalten, weiß ich nicht. Natürlich gab es ja auch eine Umstellung, was die Monetarisierung angeht, wenn du jetzt nur Geräusche machst, also zum Beispiel dieses, hatten wir da auch schon mal zum Thema, das meistgestreamte Lied ist eben wie Regen oder sowas. Ja, ja, genau. Da gibt's jetzt ja auch eine Umstellung, dass das weniger vergütet wird. Aber die ersten 4000 Streams werden nicht vergütet? Oder tausend? Erst ab tausend. Nee, die werden vergütet, aber du musst die tausend schaffen. Bevor was ausgestreamt wird. Genau. Okay, macht ja Sinn. Also, das ist eine lustige Geschichte, wo ich dachte, das muss ich auf jeden Fall im Podcast erzählen. Und weißt du, wie lange das schon in meiner blöden Notiz-App drinsteht? Wahrscheinlich schon seit zwei Monaten oder so. Dann hast du es ja endgültig abgehakt. Und endlich kann ich das von meiner To-Do im Podcast erwähnen. Die To-Do-Liste, genau. Und apropos To-Do-Liste, wir haben letztes Mal ja auch so vollmundig angekündigt, zumindest ich schon direkt im Intro, dass du ja stolzer Besitzer eines Stream-Decks bist. Eines Stream-Decks im Mini. Eines funktionierenden Stream-Decks. Und ich habe gedacht, ich greife das nochmal auf, weil wir tatsächlich letztes Mal komplett darüber hinweggekommen sind. Wie könnte uns das denn versuchen? Zum einen greife ich das auf, weil Stream-Deck direkt hier vor uns steht und ich dich fragen wollte, ob du es denn überhaupt benutzt irgendwie. Ja. Ja. Und wir haben es ja so eingerichtet, dass du damit bei Metric AB zwischen zwei Quellen umschalten kannst und Match drücken kannst, also Level-Match. Genau. Und das funktioniert. Das ist knaller. Super. Super geil. Das ist richtig cool. Ich muss mir noch so ein bisschen was überlegen, wegen der, dass ich es visuell noch... Da kann ich nochmal dran arbeiten, weil das geht. Ja? Also man kann ein Feedback hinterlegen, dass du weißt, welcher Knopf aktiv ist. Okay. Oder wenn du einen Umschaltknopf hast, dass der grün und rot ist oder so. Genau. Also es ist, wer Metric AB kennt, das ist ja dieses Reference-Plugin quasi. Und dieses Level-Matchen dauert so drei Sekunden. Wenn du diesen Match drückst, dann passt dir eben die Lautstärke der Referenz, die du in das Plugin lädst, an das an, was du gerade in deiner DRW... Moment, in den drei Sekunden, die er misst. In diesen drei oder was auch immer Sekunden. Und klar hat man so ein bisschen im Gefühl, wie lange das jetzt... Also man wartet aber eigentlich immer viel zu lang dann jetzt, weil man sieht es ja nicht. Das Plugin ist ja nicht auf der oberen Oberfläche. Das läuft halt ganz normal im Hintergrund. Das ist so ein bisschen doof. Da habe ich so verschiedene Sachen. Legend of the World habe ich noch nicht den Masterplan. Und eben zu wissen, weil ich sage mal, wer ein Stream-Deck kennt, das ist jetzt ja kein Schalter, wo ein, ich sage jetzt mal, wie am Manu-Tech-EQ oder so, wo du merkst, welche Stufe du bist, sondern gerade wenn du das so ein bisschen seitlich drückst, dann fragst du dich, hast du es jetzt gedrückt oder nicht? Und natürlich im besten Fall, wenn wir AB hören, sollten wir hören, dass sich etwas verbessert in unserem Prozess. Aber manchmal ist das eben auch gar nicht so einfach herauszukristallisieren, was jetzt welche Version ist. Vor allem, wenn man sich dann plötzlich unsicher ist. Wo bin ich denn jetzt gerade? Bin ich jetzt auf der Referenz? Also in meinem Fall höre ich mir jetzt den Mix auf der gleichen Lautheit an oder Lautstärke an wie meine Bearbeitung, also wie das Master. Wenn man das natürlich bewusst wählt als Blindfold, also dass man das, keine Ahnung, einfach zehnmal drückt, um nicht zu wissen, was passiert. Das ist ja berechtigt. Aber manchmal will ich ja wissen, hat jetzt der, weiß ich nicht, der EQ, den ich jetzt gerade gedreht habe oder so, hat der jetzt den Effekt, den ich wollte? Und dann ist es ein bisschen doof, nicht genau zu wissen, bin ich jetzt gerade auf A oder auf B halt. Okay, dann können wir es aber doch so einstellen, dass der obere Knopf Toggle ist, also Hin- und Herschalter. A, B, A, B, A, B. Und wenn du aber sicher sein willst, dass du auf B bist, den Knopf da drunter, auf jeden Fall fest mit B verdrahten. Haben wir das nicht sowieso gemacht? Ne, eben, wir haben nur Match und A, B als Toggle. Okay, dann, dass man noch einen zweiten Knopf hat, dass man dann also auf jeden Fall weiß, wenn ich den unteren Knopf nehme, wir haben ja insgesamt sechs Knöpfe hier. Mhm, genau, die kleine Variante. Und der obere ist Toggle, also Umschalten zwischen A und B. Und wenn du mal den unteren drückst, dann weißt du, das sei dann halt so eingestellt, dass du weißt, okay, beim unteren Knopf bin ich immer bei B. Das würde ja helfen, weil dann brauchst du ja nicht drüber nachdenken, weil im Zweifel drückst du dann auf B und entweder es passiert was oder es passiert nix. Wenn nix passiert, dann bist du auf B gewesen, ne? Ja. Und die optische Kontrolle wäre natürlich auch noch praktisch blau-dorange. Optisch wäre super, genau, wenn man das wirklich sehen könnte. Oder man muss sich halt einfach so ein Workaround machen, dass man eben diese Oberfläche von von Metric AB, die kann man ja bis auf so ein kleines rechteckiges Ding quasi, also diese ganze Analyzer-Dings kannst du ja ausblenden, ne? Ich baue dir eine Lampe, die kann blau und orange und blinken. Also blinken ist Match. Match. Blau und orange sind dann A und B. Wäre das was? Ich brauche noch ein Projekt für den Sommer. Und wo stelle ich die hin? Also, wie meinst du das? Die kommt da oben auf den Monitor oder sonst was irgendwie oder auf deine Boxen drauf? Einfach nur so ein Lämpchen, wo du weißt, okay, blau, orange oder eben blinkt. Weißt du, was auch noch cool wäre? Ein Fußpedal. Fußpedal? Das ist ja gar kein Problem. Als Midi-Switch sozusagen, ne? Aber gut, dann weiß man ja auch nicht, was dann was ist. Nee, dann bist du auch blind beim Umschalten. Ja, das stimmt. Aber ich kam auch drauf, weil ich tatsächlich mein Stream-Deck zu Hause diese Woche auch wieder umgearbeitet habe. Aber du hast ja das Große, ne? Das ganz Große, oder? Nee, das ganz Große habe ich nicht. Ich habe das Mittlere, das Original-Stream-Deck, was damals rauskam. Folgende Geschichte, die ich bestimmt schon mehrfach erzählt habe. Mein Monitor-Controller von Heritage Audio. Kapitel 17. Kapitel 735. Also, mein Kumpel Uwe kommt mal wieder zum Aufnehmen. Und wir verkabeln dann immer. Der hat so ein RME-Audio-Babyface hat der dabei. Was super ist. Das Bus-Powert irgendwie direkt an den Mac ran. Unfassbar kompakt irgendwie. Der kann auf einem Niveau abliefern. Nur mit einem MacBook Air und diesem Babyface sensationell. Und vor allem seitdem die UAD-Plugins nativ laufen, braucht er eigentlich noch nicht mal mehr seine Octo mitbringen, die er sonst immer dabei hat. Auf jeden Fall habe ich die Kabel hinten am Monitor-Controller falsch reingesteckt. Nicht auf Input, sondern auf Output. So, jetzt hänge ich also hinter diesem Monitor-Controller und versuche diese Kabel da wieder rauszukriegen. Ich habe ja schon mal erzählt, die Klinkenbuchsen sind so fest, dass du die Kabel nicht rauskriegst. Und jedes Mal hänge ich da dran, dann tut mir plötzlich mein Handgeleck weh. Dann will ich das Kabel nicht kaputt machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist endgültig Schluss. Ich habe keine Lust mehr. Ich kaufe jetzt dieses Teil von SPL. So, jetzt gehe ich zu Thomann und kaufe das Teil. So, nimm dies Heritage-Audio. Dann kommt das Teil von SPL. Ich packe das aus und denke so, Two-Control heißt das. Hatte ich auch mal. Ich wollte nicht den MTC, den großen, weil ich gedacht habe, ich brauche kein Talkback. Ich brauche kein Q-Mix. Ich brauche diesen ganzen Studioschnickschnack. Ich brauche einfach nur einen Monitor-Controller. Und gerne die Kopfhörermatrix, die ich wollte. So, jetzt kommt das Teil, ist erst schon mal so groß, so tief. Ich denke, er steht ja zur Hälfte schon vor der kleinen Box. Irgendwie, was machst du denn da? Ah, komm, da guckst du jetzt erstmal groß drüber hinweg. Hörst dir mal an, welchen Einfluss das hat. Stell es also hin. Heritage-Audio weg. Stell es hin. Verkabel es. Mach das Stromkabel dran. Drück den Anknopf. Nix. Wie nix. Hä? Wieder alles abgezogen. Genommen. Guckt irgendwie. Andere Steckdose. Nix. Anderes Kabel. Nix. Strom ist noch da. Kaputt. Also AEG. Auspacken, einpacken, Garantiefall. Denk, ach Gottchen. Jetzt das auch noch was. What would you say? Weißt du? So, dann das ganze Ding wieder eingepackt und mal wieder zurückgeschickt. Ich hasse ja nichts mehr, als Dinge zurückzuschicken. Ich hasse das auch. Weil das ist einfach, man kann über CO2-Fußabdruck sprechen, wie man will. Aber ich habe es ja nicht bestellt, weil ich es zurückschicken wollte oder ausprobieren. Ich wollte es behalten. Eingepackt. Es sind ja schon ganze Produktionen auf der Basis der 30-Tage-Geld-Surückgang und die von Thoman entstanden. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber wie gesagt, eingepackt, wieder zurückgeschickt und geschrieben hier, geht nicht an, tut's nicht und so weiter. Thomas ist ja nicht nur kulant, sie sind ja auch schnell, was das angeht. Kulant hätte ich sowieso erwartet, aber schnell sind sie auch. So, und jetzt saß ich da, der Harry-Tage war wieder angeschlossen und nochmal, das ist kein schlechter Monitor-Controller, meiner ist einfach ein Montagsgerät und der vergällt mir einfach die Suppe. Jetzt sitze ich da und denke so, ich will doch einfach nur einen dicken Knopf, um lauter und leiser zu machen und zwei Lautsprecherpaare und einen Kopfhörer. Ja. Und sitze da so und denke so, warte mal. Das Schaue. Ich habe, nee, ja, zweieinhalb oder dreitausend Euro. Ich sitze da so und denke so, warte mal, ich habe doch hier im Studio irgendwo einen dicken großen Knopf. Da ist mir eingefallen, ich habe im Nebenraum, habe ich so ein Twin-Solo von Apollo, von Universal Audio, so ein kleines Audio-Interface Twin-Solo. Das hat einen dicken Knopf in der Mitte, zwei Pre-Ams drin, vier Outputs und so weiter. Und das habe ich eigentlich im Nebenraum stehen, falls ich da mal in Ruhe Sprache aufnehme. Das ist also per Thunderbolt verkabelt mit meinem System und im Nebenraum kann ich damit quasi aufnehmen. Habe ich aber jetzt seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr angemacht, weil ich in meinem Raum halt einfach so gerne aufnehme. Der klingt halt auch okay. Und ich habe gedacht, es muss doch möglich sein, mit diesem dicken Knopf vielleicht bei einem Lautsprecher zu steuern. Kurz gegoogelt, rübergeholt, angeschlossen. Es geht. Aber du benutzt es jetzt quasi nicht als Wandler, sondern gehst da analog rein? Also ich habe natürlich hinten zwei weitere Mikrofon-Pre-Ams jetzt noch zusätzlich. Die sind ja drin, die sind auf meinem System eingebaut. Aber im Kern benutze ich den dicken Knopf und kann mit dem lauter und leiser machen. Aber du benutzt den auch als Wandler? Nee, eben nicht. Der Wandler ist ja im großen Apollo drin. Ja, ja. Im Rec, genau. Das ist auch das Hauptinterface. Da geht dann hinten über die Mainouts, geht das auf meine großen Lautsprecher. Und dann konnte ich über den Lineout 1, 2 konnte ich noch ein alternatives Speaker-Paar anschließen. Und das konnte ich jetzt aber am Apollo nicht umschalten, an dem kleinen, an dem mit dem dicken Knopf. Da war kein Umschalter, mit dem ich zwischen den Lautsprecher-Paaren hin- und herschalten konnte. Und dann, jetzt kommt das Stream Deck ins Spiel, gibt es eine Software, die heißt UA-Midi-Control. Die gibt es eine kostenlose Variante und eine, die kostet dann halt 70 Euro so. Und die verbindet, genau wie wir das hier auch gemacht haben, über so ein kleines virtuelles MIDI-Kabel, verbindet die die Stream Deck-Software mit der Konsole. Mit anderen Worten, ich kann jetzt, ohne dass ich die 680 Euro für das SPL-Teil ausgeben musste, habe ich das kleine Twin Solo da stehen. Das ist wirklich ganz klein, so ein Desktop-Format irgendwie. Einfach nur ein dicker Knopf zum lauter und leiser machen. Und habe dann rechts das Stream Deck stehen, mit dem ich, wenn ich das brauche, Mono-Stereo umschalten kann, mit dem ich die Lautsprecher-Paare umstellen kann. Und jetzt kommt es. Ich habe mein System sogar noch mit einem Schalldruckmesser eingemessen. Und habe gesagt, okay, alles klar. Welche Einstellung ist denn jetzt hier eigentlich 85 dB? Und jetzt habe ich mir noch vier Knöpfe programmiert, weil du kannst dann bei dem Apollo, kannst du dann sagen, okay, Ausgangspegel ist dann von minus 100 bis 0. Oder du kannst es kalibrieren und sagen, pass auf, diese Einstellung vom Lautstärke-Knopf ist jetzt 85 dB SPL. Ach so, ja. So, das habe ich gemacht und jetzt habe ich noch vier Knöpfe auf dem Stream Deck drauf, wo dann steht 65 dB SPL, 71 dB SPL und dann eben 85 dB SPL, damit ich drei verschiedene feste Lautstärken habe, mit denen ich hören kann. Mega! Und das alles einfach nur, weil ich mein Hirn nochmal angeschmissen habe und gesagt habe, ich habe doch dieses gebrauchte Teil nebenanstehen, was ich nicht mehr anfasse irgendwie. Und dann sitze du da und ich sitze da fasziniert und denke so, wie geil! Also quasi recycelt. Ich bin ins Machen gekommen und die Leute, die das letzte Video gesehen haben, haben gesehen, dass ich da auch ins Machen gekommen bin. Da habe ich nämlich auch mal im Studio gestanden, gucke so an die Decke und sehe so da oben so die festgenagelten Basotec-Platten in Noppenschaum-Optik irgendwie. In den Spitzen sind die 10 cm und die Basis ist 5 cm, festgenagelt an den Erden, an der Decke bitte. Und die Hälfte davon kommt runter und das sieht man im Video dann auch, wie ich das abfilme und denke so, oh Gott, das wollte ich immer schon mal machen. In den Baumarkt gefahren, Holz gekauft, Platten drunter gehängt. Ey, das Machen ist so cool, wenn du was mit Händen machst und wenn es im Garten einfach das Umkraut rausrupfen ist und dabei ein Hörspiel hören und einfach mal kurz den Kopf auszumachen. Und das hat mir in den letzten anderthalb Wochen so gut getan, einfach mal nur zu machen und dann aber auch vor dem Ergebnis zu stehen oder zu sitzen. Ich sitze jetzt hier im Studio, gucke nach oben und sehe meine Decke. Ach, ist das geil. Ach, ist das geil. Dann gucke ich nach vorne auf den Monitorkontroller und ach, ist das geil. Und dann, weil ich den Schalldruckmesser sowieso gerade da hatte, ich hatte immer den Eindruck, dass bei meinem KH310, dass die Mitte verrutscht ist, dass die nicht genau in der Mitte ist. Und wenn ich umgeschaltet habe auf die KH120, da war die Mitte in der Mitte. Und dann habe ich nochmal gemessen, wie viel kommt denn eigentlich aus dem Linken raus, wie viel kommt aus dem Rechten raus. Und dann habe ich die gleich eingestellt und wenn ich jetzt umschalte, ist die Mitte auch in der Mitte, ohne dass ich denke, dass mein linkes Ohr mal wieder ausgefallen ist oder mein rechtes. Also das war so eine produktive, schöne Woche. Ich bin ganz erstaunt. Und pass auf, ich kann noch einen draufsetzen, weil ich bin im Moment der Erdbeertorten-Minister. Das heißt, bei uns gibt es quasi gefühlt jeden Tag gerade Erdbeer-Quark-Torte, weil es ist ja gerade Erdbeer-Zeit. Ich komme immer an diesem blöden Erdbeer-Stand vorbei und denke so, ach komm, zwei Schädchen kannst du ja noch mitnehmen irgendwie. Und habe jetzt meine große Leidenschaft für Erdbeertorten gefunden, Quark-Erdbeertorten, weil ich nämlich jetzt auch herausgefunden habe, wie man es hinkriegt auf diesem Boden jetzt quasi, dass der Quark da stehen bleibt. Da gibt es nämlich, für die Nicht-Vegetarier gibt es Gelatine, ganz normal. Du brauchst einfach Gelatine unter den Quark und dann stellst du das kalt und Bub steht da. Oder du nimmst Agar-Agar, das ist die vegetarische Variante. Agar-Agar? Ja, das klingt ein bisschen komisch, aber funktioniert einwandfrei, ist auch geschmacksfrei und so kannst du dann die, also bei Quark kann man nicht von vegan sprechen, aber zumindest vegetarisch, aber kannst du Gelatine weglassen, kannst du damit auch steif machen. Und jetzt gibt es bei uns jeden, fast jeden Tag, habe ich einfach Bock, irgendwie so Schälchen, Erdbeeren zu kaufen, zu stückeln, zu machen, ich mache Erdbeerpüree, damit mische ich den Quark an, dann kommt da Gelatine runter, dann mache ich zwei Wiener Böden dazwischen noch oben drauf, fertige Erdbeeren obendrauf noch, schön weiße Schokolade und den untersten Boden mit weißer Schokolade einschmieren, damit du den Knack hast irgendwie. Und meine Familie feiert mich komplett irgendwie, weil jeden Tag gibt es irgendwie diese Kalorienbomben irgendwie. Warum hast du davon ja nicht mal was mitgebracht? Nächste Mal. Du musst ja jetzt erstmal mit Quarkbälchen und was habe ich gerade beim Bäcker gekauft? Wie heißt das? Lattenkracher. Lattenkracher. Also Gott, manche Wörter, wo du wirklich sagen musst, Lattenkracher. Also liebe Dorfbäckerei, ihr habt auf jeden Fall Jonas Humorzentrum mit dem Lattenkracher. Ja stimmt, ihr habt mein mieses Humorzentrum angetriggert, weil mein lieber Kollege Till Hoheneder von den zärtlichen Cousinen, der hat früher immer gesagt, Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit und das fiel mir dann dabei ein. Also solche blöden Sprüche kommen mir dann immer um die Ecke, wenn ich solche Wortspiele sehe. Aber gut, das nur am Rande. Du, ist ja auch EM, da muss man ja auch mal irgendwelche fußballbezogenen Produktnamen. Ja, apropos EM und Sommer. Ich habe beim letzten Video gesehen, dass es trotzdem ich alles richtig gemacht habe, nicht gut gelaufen ist, habe ich jetzt entschieden, es gibt jetzt noch ein Video und dann gehe ich in die Sommerpause. Ist auch richtig. So, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen, also YouTube-Pause nur dahingehend, dass der Podcast natürlich weiterläuft. Wir sind auch weiter für euch da, die DAW-Versteher streicheln eure Seele. Aber die Tutorial-Videos werden jetzt einfach mal bis, weiß ich nicht, August oder September aussetzen müssen. Es gibt jetzt noch ein Video, das habe ich noch versprochen, dass ich das mache und dann gibt es danach erstmal keins. Aber gehen wir doch mal weiter auf deiner Liste, bevor wir zum Song kommen. Nicht, dass wir wieder alles vergessen. Wir haben ja schon über recycelte Apollo-Twins gesprochen, quasi. Ich erinnere mich immer, dass ich sowas alles habe. Das ist nur so eine Info, die ich aber ganz cool fand. Also ich habe das gelesen und zwar in einem, ich glaube das war, weiß ich gar nicht genau, ein Recording-Magazin oder irgendwo so. Coldplay veröffentlicht ein neues Album. Das ist nicht die Info, dass die alle paar Jahre eins eröffnen. Für einige Leute ist das eine gute Nachricht, aber für uns ist das erstmal nur eine Info. Genau, und die veröffentlichen das als Echo-Record. Und da musste ich erstmal Echo, also E-C-O, Echo sowie... Echo, ja, also Öko. Öko, habe ich? Öko, ja. Echo, ja. Echo, Echo? Nee, nee, der Deutsche würde Öko sagen, aber das Englische Wort ist ja Echo. Echo. Ja. Okay. Ich dachte Echo. Nee, das ist ja Echo. Echo, ja. Stimmt. E-C-H-O. Ja, wieder was gelernt. Echo-Release? Echo-Record. Echo-Record. Und das sind Vinyl und CDs, die aus zumindest größtenteils recycelten Plastikflaschen hergestellt sind. Habe ich so noch nicht von gehört irgendwie am Markt. Also das ist erstens mal, dass es das überhaupt gibt und dass es das dann ja auch anscheinend in einer Qualität und in einer Nachhaltigkeit gibt, dass man damit dann Vinyl und CD, machen kann. Ich finde, eigentlich nur der Nachweis, dass immer wenn Coldplay abgespielt wird, dass Spotify dafür grünen Strom genommen hat. Dann wäre es ja wirklich Öko. Ja, genau. Leider werden ja zu wenig CDs und LPs verkauft. Immer bei Coldplay vielleicht noch, aber... Und alle Streams, alle Einnahmen durch Streams von Coldplay darf Spotify nicht in die Rüstungsindustrie investieren. Ja. Ach Gottchen, ja. Also da können wir ja einen separaten Podcast drüber machen, über solche Geschichten zu schreiben. Das ist ja wirklich... Wenn ich da starte, sind wir die nächsten drei Stunden am Reden, was die Rüstungsindustrie und unsere aktuelle Zeit angeht. Aber da lass mal nicht drüber sprechen. Ja und vor allem auch diese Aussage mit dem, das hatten wir letztes Mal schon, mit dem hier, dass quasi Musik machen ja quasi nichts kostet mehr. Ja, ja, Content Creation ist ja quasi kostenlos. Ja, also es war ja bezogen auf die Musik quasi. Und da gibt es auch sehr, sehr viele witzige Videos und Reels und weiß ich nicht, was ich da schon gesehen habe von vielen Künstlern. Gefällt mir gut, dass da aus der Künstlerecke da auf jeden Fall eine Menge kommt und dass viele sagen, okay, dann halt keine Spotify-Editable-Playlist, so wie das heißt, dann halt nicht. Dafür beweist aber mein Gesicht... Was würden Sie machen, wenn wir spontan alle Podcaster ihre Podcasts einfach von Spotify mal runternehmen? Dann würde auf jeden Fall eine ganze Menge weniger gestreamt bei denen. Definitiv. Und die werden auch alle kostenlos da reingestellt. Also wir füttern das Geschäft von denen. YouTube, genau das Gleiche. Ja, was du auch immer gesagt hast, irgendwie so viel auffahren und dann erreicht so ein Video zu der jetzigen Zeit halt irgendwie einfach mal nur 3000 Leute oder so. Ja, letzte Abrechnung im letzten Monat waren 388 Euro von YouTube. Das macht halt extrem wenig Spaß. Und das ist ja auch kein Rumheulen irgendwie, sondern vielleicht einfach mal nur ein Aufmerksam machen auch darauf, dass es das durchaus sehr gibt. Und dass das mitnichten Kosmos, selbst wenn wir keinen finanziellen Aufwand haben, wir haben einen sehr, sehr hohen kreativen und zeitlichen Aufwand. Also wenn, selbst wenn man rechnen würde, Kameras sind schon bezahlt, Licht ist bezahlt, Strom ist bezahlt und so weiter. Allein Zeit und Kreativität sind so viel wert, dass da, dass da schon fast von Ausbeutung gesprochen werden können. Aber wir füttern das System. Deswegen würde ich mich darüber nicht erheben. Ich gehöre mit zum System. Unser eigenes Konsumverhalten ist ja wahrscheinlich an anderen Stellen, wo wir jetzt nicht so sensibilisiert sind, ja wahrscheinlich nicht anders. Ähnlich, ja. Das ist ja das Problem. Das ist in verschiedensten Bereichen so und es wird ja oft gesagt, dass unser Wohlstand auf dem Rücken von vielen anderen ausgetragen wird, was sehr, sehr, sehr wohl der Fall ist. Ja. Und nochmal, da können wir einen separaten Podcast drüber machen, aber ich hatte im Hinterkopf, dass du was auf deiner Liste mit Kassette gesagt hast. Ja. Was ist denn mit Kassette? Ich muss mal hier, ich nehme mal das Handy an. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht geschlossen eben. Nee, genau. Mir hat nämlich immer geschrieben, der Liebe nun sichtbar. Nun sichtbar. Nun sichtbar. Er ist nun sichtbar. Das ist der liebe Udo aus Düsseldorf, schreibt er. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Er hat gefragt, eine Podcast-Themenfrage, magst du auch manchmal für Audiokassetten? Falls ja, magst du das als Spezialthema mal mit in den Podcast nehmen? Und dann habe ich ihm auch geantwortet. Nein. Dass ich da mal mit Jonas drüber sprechen werde. Also lieber Udo, falls du uns jetzt, ich hoffe natürlich, dass du uns wieder zuhörst und zuschaust. Genau. Beste Grüße. Ich habe dir ja schon eine Antwort zukommen lassen. Ich habe tatsächlich schon für Kassette gemastert. Es ist tatsächlich ein Medium, was durchaus in gewissen, vor allem Genres, wieder an, also da ist es wieder cool, halt Tapes zu machen. Na, vor allem so. Das Spiel. Na ja, ich sag mal, ich habe viel so in dieser Indie-Shoe-Gaze, Indie-Alternative. Shoe-Gaze? Was ist das denn? Ja, das ist quasi so ein, ich weiß nicht, habe ich es auch noch falsch ausgesprochen. Shoe-Gaze. Eine Alternative-Rock-Variante, sozusagen. Da habe ich schon mal ein paar Sachen gemacht. Also er hat aber dann geschrieben, tatsächlich fände ich es sehr spannend, wenn ihr im Podcast mal über das Thema Kassette schwadroniert. Schwadroniert, ja. Also ich habe sogar Kassettenrekorder noch, meinen allerersten, den ich mir selbst gekauft habe, von meinem Hi-Fi Denon, Doppelkapstan oder Dualkapstan hieß das damals, war damals der Shit. Kapstan ist die Transportrolle und du hast ein Dualkapstan hat vor und hinter dem Abnahmekopf eine Transportrolle mit anderen Worten, kein Bandsalat mehr. Weil das Band gleichzeitig von zwei Motoren transportiert wird und dann hast du kein Bandsalat mehr. Ja, das war sensationell. Damals gab es in Osterwick, gab es so einen Hi-Fi-Laden am Arsch der Heide irgendwo hinten drin. Das gibt es wahrscheinlich heute noch. Aber da konnte man dann so ein Zeug kaufen. Osterwick gibt es auf jeden Fall noch. Osterwick gibt es ja als Teil von der Gemeinde Rosendal, zu der auch Holtwig gehört, durchaus noch. Ja, es ist da, Osterwick. Wir reden nicht über Osterwick. Ja, das ist wie Köln und Düsseldorf. Nee, aber ich finde, Kassetten als Medium ist ja eine totale DIY-Geschichte. Eine DIY-Geschichte? Eine DIY-Geschichte. Das heißt, die Tapes, die so produziert werden, jetzt heutzutage, in der heutigen Zeit, sind ja seltenst industriell gefertigte. Ja. Sondern es sind meistens dann wirklich, dass sich dann die Band oder vielleicht das Indie-Label oder so sich dann wirklich hinsetzt und diese Tapes gespielt. Händisch kopiert, ja. Genau, also wirklich händisch kopiert. Und soll ich dir mal was verraten? Und soll ich dir mal was verraten? In meiner alten Firma haben wir mal als Weihnachtsgeschenk Kassetten rausgeschickt. Mixtapes? Mixtapes tatsächlich. Und weil du für den, oh, das ist jetzt total illegal, weil du ja für die Reproduktion in einem Presswerk, in dem Fall in deinem Überspielwerk, natürlich die GEMA-Freigabe brauchst. Richtig. Und wir die natürlich nicht hatten, habe ich so einen Multiplizierer gekauft. Das ist so ein Teil, wo du eine Basiskassette einlegst und dann drei zu kopierende Kassetten und dann habe ich schön einen Monat lang alle halbe Stunde umgedreht. Oh Mann. Totaler Wahnsinn. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass man den auf doppelter Geschwindigkeit beim Überspielen stellen konnte. Und habe dann quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das genau gemacht habe, auf jeden Fall habe ich dann noch mit meinem Multitrack Tascam dann auch so eine Kaskade gebaut, mit der ich dann gleichzeitig vier Kassetten kopieren konnte. Und irgendwann waren dann irgendwie 150 Kassetten bespielt. Also was ein totaler Irrsinn. Aber ich weiß genau, wovon du redest. Ja. Also ich glaube, dass die Kassette als Medium mit Sicherheit niemals wieder als irgendwie kommerziell relevantes Ding auftaucht. Aber ich glaube jetzt wie gesagt wieder auf diese Nischen, auf diese Genres, auf diese Jugendkulturen, auf diese Szene, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist das ein Thema, dass es sowas gibt. Und ganz ehrlich, wenn du als Band, keine Ahnung, 20 Gigs im Jahr spielst und verkaufst pro Gig fünf Kassetten für, ich sag jetzt mal, ein Zehner. Die deutlich günstiger zu produzieren sind als ein Vinyl. Genau, wo du vielleicht irgendwie nachher beim Zehner eine Marge von acht Euro hast, plus eben deine Zeit. Und du verkaufst davon im Jahr halt, weiß ich nicht, 100 Stück. So, dann hast du halt einfach mal deine Bandkasten mit 800 Euro aufgefüllt. Absolut. Dafür musst du erstmal eine ganze Menge Streams erreichen. Du hast ja noch nie mal das Glas Master für eine Vinyl. Genau, und du hast dann ja auch immer so ein bisschen bei den Leuten, die dann so eine Kassette kaufen, selbst wenn du jetzt eben ein bisschen auf dem Land und auf der Heide unterwegs bist als Newcomer-Band oder so, hast du ja trotzdem so einen Wiedererkennungsfaktor auch damit geboren. Das heißt, ich finde das eigentlich ganz spannend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich master ja schon eine ganze Menge so an Output irgendwie pro Monat oder pro Jahr. Tatsächlich ist Kassette sehr, sehr wenig, sehr, sehr selten. Was definitiv wieder absolut im Kommen ist, ist halt die Vinyl. Was heißt im Kommen? Ich meine das gelesen zu haben, dass Vinyl, glaube ich, erstmals wieder die CD überholt hat. Ja, die CD. 2023, glaube ich, zumindest vom Umsatz her. Da muss man natürlich auch dann immer wieder sehen, woran, also Umsatz hängt ja nicht nur an Verkaufszahlen, sondern vielleicht auch an der Marge. Keine Ahnung, es gibt ja da mittlerweile auch verschiedene Verfahren bei der Vinyl-Erstellung, die ja auch teilweise sehr viel günstiger noch sind als vor Jahren, was aber vor allem auch aufgrund von Rohstoffmangel zustande gekommen ist. Es gibt ja auch verschiedene Vinyls mittlerweile mit ganz stark, die werden ja in Gramm gehandelt, glaube ich. Dann gibt es ja 183 schwere Vinyl und so weiter und so fort, die ja anders klingen. Da gab es mal so eine Frage bei Wer wird Millionär zu irgendwie, ob die Qualität von Vinyl, in was die gemessen wird und so bla bla bla. Und da haben wir ein Publikum-Joker genommen und dann hat der im Publikum gesagt, ja, das ist Gramm irgendwie so bla bla. Und ja, der Raumklang wird dann besser. Daraufhin ist dann in der... Auf dem Sofa auf der anderen Seite vom Bildschirm. Ja, es gab da eine Konstellation von Leuten, die zusammengesessen haben. Und ja, ich habe dann versucht zu erklären, dass der Raumklang mit Sicherheit nichts... So ein Blödsinn! Genau, nichts mit der Grammzahl des Vinyl-Rohstoffes sozusagen, mit dem Rohling zu tun hat. Ja. Vielleicht die räumliche Darstellung oder die räumliche Abbildung. Wenn du unter perfekten Bedingungen hörst. Ja, aber der Raumklang hat halt immer noch was mit dem Raum zu tun, in dem du die Vinyl nachher hörst. Ich glaube, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Da gab es eine leichte... Dissonanz im Raum. ...leichte Dissonanz. Und ich glaube, es war zur Weihnachtszeit. Ja, genau. Das passte ja auf jeden Fall. Es passte auf jeden Fall zusammen. Aber zum Thema Kassette, ich habe mir für unsere liebe Rubrik mit dem Namen Song des Monats. Ist da eigentlich mittlerweile wieder was? Ja, ich fand das so lustig. Ich habe es gerade wieder gehört. Ich habe mich so kaputt gelacht. Du hast es also nicht gehört. Ich habe den letzten Podcast nicht bis zu der Stelle gehört, nein? Ich gebe zu, für alle Leute, die uns zuhören und schauen, ich höre den vorherigen Podcast auf der Herfahrt immer nochmal, damit ich weiß, worüber wir geredet haben, damit wir uns sich doppeln. Und wir kamen an die Stelle, wo ich dann diesen Jingle reingebaut habe und ich habe gerade so gelacht, als ich das gehört habe. Ich höre dann auf doppeltem Tempo, der war doppelt so lustig. Okay, also meine Empfehlung an dich erstmal, hör mal rein an der Stelle. In dem Zusammenhang, der Frequenzgang auf einer Kassette ist ja deutlich eingeschränkt und auch nach oben hin ergänzt durch diverse Rauschanteile. Und ich habe mir den Frequenzgang von unserem Song, den du jetzt vorgeschlagen hast. Möchtest du mal sagen, um welchen Song es sich handelt? Ja, genau. Also die Rubrik Song des Monats. Letztes Mal hatten wir ja den Song von Jonas, den Jonas ausgesucht hat. Genau, von Benson Boone. Genau. Und diesmal habe ich mir ausgesucht Get Lucky von Daft Punk. Haben wir schon häufig mal anscheinend, ich habe zumindest den ein oder anderen Kommentar immer gelesen, ja was ist denn jetzt mit Get Lucky, warum ist das denn, warum ist das eine Referenz für euch? Da sind wir irgendwie immer wieder drüber weggekommen über das Thema und das ist tatsächlich meine Referenz Nr. 1, also wirklich ganz oben bei mir auf der Liste. Kannst du sagen, mit welchem Fokus oder insgesamt klanglich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal angenommen, ich bin eine längere Zeit mal nicht im Studio und das heißt ja auch irgendwie mal ein Wochenende oder vielleicht mal drei Tage oder so, dann nehme ich gerne meine Referenzliste, unabhängig von dem, woran ich dann danach arbeite. Also ich höre mich dann nicht auf ein Genre ein, sondern ich höre mich dann einfach erstmal wieder ein, erstmal kurz ankommen, irgendwie akklimatisieren die Ohren und ich nehme immer zuerst diesen Song und witzigerweise ist der auch noch gar nicht so lange bei mir in der Referenzliste drin, weil ich hatte vorher diverse andere Tracks, die dann sehr sehr spezifisch immer auf, da ist das besonders gut gelungen, da ist das besonders gut gelungen, da Tiefenstaffelung, da lohnt. Weiß ich nicht. Ja, da gefällt mir die Bassdrum, da finde ich das Verhältnis, der Vocal School und so weiter und so fort. Genau. Wenn ihr Künstler seid oder Produzent, bitte macht das niemals und schickt fünf verschiedene Referenzen an euren Mixing-Engineer und sagt, da finde ich die Bassdrum gut, da finde ich den Ebers gut, weil der Name Mix kommt eben von Mischen, Zusammenmischen und man kann dann diese Elemente, wenn man die zusammenmischen würde, würden sie nicht miteinander funktionieren. Sehr sehr wahrscheinlich. Und ich benutze den wirklich, weil er insgesamt für mich sehr 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 balanciert ist. Es gibt aber, es gibt witzigerweise auch ein paar Punkte daran, die ich, also wo ich etwas Negatives höre in dem Song, also für meine Ohren negativ sind. Ist aber auch immer wieder eine, in diesem Akklimatisierungsprozess der Ohren ist es auch immer gut, wenn ich es wahrnehme. Also für mich ist das so beides. Zum einen, was mich total daran fasziniert, ist das Low-End. Das ist tatsächlich brutal. Genau. Und ich habe mir eben sagen lassen, so kam ich auf diesen Titel. Ich habe mit einem Boxenhersteller gesprochen und ich nenne jetzt mal keine Namen. Der hat mir gesagt, dass die absolute Referenz im Low-End für uns beim Boxen konzipieren und auch erarbeiten ist Get Lucky, weil eben diese Basslinie ist ja, also die E-Basslinie ist ja eben sehr sehr differenziert. Das heißt, er spielt sehr sehr viele verschiedene Töne, er spielt sehr viel und wenn du diese Basslinie gut hören kannst, also jeden Ton, ohne dass einzelne Töne verschwinden oder genau, rauspieken, total dröhnen, dann ist zumindest schon mal das Low-End in deinem Raum auf deinen Speakern schon mal nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Also das ist schon, das ist wirklich eine der Referenzen, nicht nur für mich, sondern für viele Leute im Low-End. Ich habe mich in Vorbereitung mit diesem Song natürlich auch auseinandergesetzt und ehrlich gesagt, ich kannte nur Nile Rodgers, den Gitarristen von Chick, der da die Gitarren drauf eingespielt hat und habe dann mal kurz geguckt, wer hat den Song denn eigentlich eingespielt. Und das war niemand Geringeres als Oma Hakim und Nathan East, also in der Rhythmusgruppe Oma Hakim. Ich hatte ja gerade von der zweiten Karriere gesprochen, kurz bevor wir gewesen sind. Oma Hakim war ja an der zweiten Karriere von Sting beteiligt. Sting kam aus Police und hat dann Bring on the Night rausgebracht, diese neue Platte, die übrigens auch in einem genialen Film festgehalten wurde. Und da saß Oma Hakim am Schlagzeug schon. So, Wahnsinn. Nathan East, was für ein Bassist, auch unfassbar. Und der Typ, ich hatte mir nämlich dann die vier Stamps rausgerechnet. Ich habe IZOTOPE RX einfach mal Musical Rebalance genommen und habe mir einfach mal die vier Stamps mit IZOTOPE RX 11 dieses Mal rausgerechnet, was wirklich verhältnismäßig gut funktioniert. Ich bin nochmal besser als zehn. Habe mir die dann reingezogen in Logic und habe mir dann vor allem Drums und Bass nochmal separat angehört. Und Oma Hakim, die Bassdrum klingt einfach unfassbar gut schon mal gespielt. Die Bassdrum ist so rund und fett untenrum und trotzdem der Bass separiert davon. Total. Nathan East spielt einen Sechsseiter, den er auch schön ausspielt in dem ganzen Ding, weil er spielt natürlich viele Oktavteile, auch sehr kurze Noten. Und jeder, der Bass irgendwie mal zum Brummen bringen will, weiß, dass man dafür eine lange Note braucht. In dem Song nicht, witzigerweise. Gar keinen Platz für eine lange Note. Gar keinen Platz für eine, also wenn du den Stem siehst von dem Bass separiert, siehst du so viel Luft zwischen diesen Noten, dass du denkst, Wahnsinn. Und dann geht er aber runter aufs tiefe H und spielt das auch aus, weil der Song ist ja in H. Ja, und du denkst so, Alter ist das tief. Und die Note kommt trotzdem voll durch. Komplett Fundament. Unfassbar. Ja, es ist halt einfach, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, die Tiefenstaffelung. Also das, was wir ja immer so als Tiefenstaffelung jetzt beschreiben. Also Tiefenstaffelung heißt ja, die Elemente hintereinander sozusagen, aber virtuell, aber ja eben auch nebeneinander. Und das ist ja hier einfach aufgrund des Arrangements, also der eingesetzten Sounds und wann sie wo was spielen. So, da ist nicht jetzt groß, da hat jetzt nicht einer gemischt, der jetzt der absolute, also ich weiß nicht, wer es gemischt hat, aber da musste keiner. Die mussten nicht viel machen. Irgendwie jetzt irgendwas retten oder keine Ahnung was machen, weil die Elemente, die eingesetzt wurden in ihren Grundsounds, der E-Bass-Sound und der Kick-Sound, die sind so dermaßen voneinander separiert getrennt, dass du da keine 28 Instanzen Track-Spacer brauchst oder irgendwas, um die jetzt auseinander zu kriegen. Genauso mit dem Rest, ich habe mir... Haben die übrigens auch nicht benutzt, weil hätte ich nämlich gehört bei den separierten Stamps, das könnte ich nämlich. So, genau. Und was ich total faszinierend an dem Song finde, Stereo, Stereo-Breite, man hat das Gefühl, ey, das ist so breit und keiner, da ist fast nix auf dem Seitensignal. Das ist alles hintereinander. Die Gitarren sind fast komplett Mono, bis auf die Räumlichkeit. Das heißt, wenn ihr den Song mal in guter Qualität natürlich, wenn ihr den jetzt bei YouTube oder bei Spotify hört, dann werdet ihr im Seitensignal eine ganze Menge Verzerrung und eine ganze Menge Phasing und was weiß ich nicht hören. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Song entweder in unkomprimiertem Format zu streamen, also Amazon Music HD, was gibt es noch, Title, diese Sachen. Oder ihr könnt euch den kaufen, ich habe mir den zum Beispiel gekauft bei Qobuz, also Q-O-B-U-Z, habe ich schon mal vorn gesprochen. Da kannst du eben unkomprimierte Musik pro Album oder pro Song kaufen. Kostet irgendwie einen Song, weiß ich nicht, zwei, drei Euro. Ja, ist er wert. Genau, und vor allem, wenn du das eben auch als Referenz nutzen möchtest, zum Beispiel in der DAW, dann brauchst du ja schon eine Audiodatei. Da hilft dir jetzt auch keine gerippte MP3 von YouTube oder so. 28 KB. Genau, und wenn ihr euch dann mal wirklich das Seitensignal anmacht, dann hörst du wirklich nur die Hallgeschichten, du hörst ein bisschen Drumroom und sowas, aber alles an wichtigen Informationen, an wirklich wichtigen... Was ist mit der Clip auf der Snare? Die ist aus stereo. Ich wollte gerade sagen, die ist voll stereo. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Okay, ja, aber ich sag jetzt mal so, Gitarre und alles, was so an tonalen Informationen ist, wo man ja oftmals, ich hatte jetzt wieder zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Mix zu mastern bekommen, im härteren Musikbereich, wo die Gitarren halt links und rechts schon hart im Panorama verteilt waren und dann wurde aber anscheinend nachträglich noch mit irgendeiner Art von Stereoverbreiterung gearbeitet. Das heißt, die Gitarren, die ja, wenn du eine Gitarre jetzt ganz nach links ins Panorama machst und eine ganz nach rechts, ist ja erstmal nix out of face. Ja, red mal weiter. Ist ja null dann. Ja, ja. So, die Phase ist bei null. So, aber wenn du dann noch Stereoverbreiterung benutzt, dann rutscht ja die Phase in den negativen Bereich. Ja. So, was dann oftmals nicht so toll ist, man denkt dann zwar im ersten Moment so, boah, geil, aber irgendwie verlierst du natürlich auch... sämtliche Intensität und sämtlichen Druck aus der Mitte. Klar, macht es vielleicht auf den ersten Blick erstmal ein bisschen einfacher, die Vocals von den Gitarren zu separieren. Ja, auf den Seiten kommt dem in der Mitte nicht in die Quere. Ja, gefühlt. Wobei man ja auch immer sagen muss, du hast halt nur zwei Lautsprecher, du hast ja nicht zwei für außen und eine für die Mitte. Genau. Aber da merkt man mal wieder, wenn du das vom Arrangement und eben dann auch von der Soundauswahl grundsätzlich erstmal so weit voneinander schon trennen kannst, dann brauchst du auch gar nicht irgendwelche großartigen Tricks, immer Mixing-Tricks, da brauchst du keine SSL-Konsole, weil die ja den Sound hat und keine Ahnung was, sondern du musst halt in dem ersten Step, da reden wir nicht über Mastering und nicht über Mix, du musst halt in dem ersten Step, musst du halt alles dafür schon geben, im Songwriting, in der Produktion, dass du diese Probleme nachträglich eigentlich gar nicht hast. Ja, ich setze mal eine Brille auf von dem Produzenten, der sich den Song jetzt mal anguckt oder der jetzt mal sagt, okay, alles klar, warum klingt dieser Song denn eigentlich so luftig? Wenn du es richtig beobachtest, dann wirst du feststellen, dass dann nur das Piano das einzige Instrument ist, was stehende Akkorde spielt, also durchgängig einen Sound produziert. Alle anderen sind percussive Instrumente, sowohl der Bass, als auch das Schlagzeug, als auch die Gitarre von Ryan Rogers, das ist alles percussiv. Das heißt, die einzigen längeren Noten kommen vom Keyboard, also vom Piano in dem Fall und von Pharrell Williams, das war's. Alles andere hat percussiv, überall seinen Platz, kommt sich nicht in die Quere und selbst wenn Bass und Bassdrum zusammen spielen, das ist immer noch ziemlich geil, weil die auch sich da nicht in die Quere kommen. Überhaupt nicht. Also es ergänzt sich mehr an der Stelle, obwohl die Bass schon so fett ist. Und mir hat es einen irren Spaß gemacht, mich nochmal auf diesem Level mit dem Song auseinanderzusetzen. Und ich kann es nur empfehlen, ganz interessant, falls ihr die Möglichkeit habt, und jeder hat mittlerweile die Möglichkeit, die Stamps auch separiert zu hören, hört euch mal nur die Hallfahnen auf der Stimme an, weil die sind tatsächlich an einigen Stellen gegatet und an anderen Stellen sind die offen. Also allein die Tatsache, dass ich als Mischer auf die Idee käme, in einem einen Part den Hall zu gaten auf eine Achtel und in einem nächsten Part einfach den stehen zu lassen oder dann auf eine Viertel bis zum nächsten Viertel stehen zu lassen, allein die Tatsache, da muss ich schon mal drauf kommen, also Mini-Gimmicks, die da drin eingebaut sind, auch wieder mal und eine totale Inspiration für Leute, die... Genau, aus Produktionssicht halt ist es genial. Unfassbar gut gemacht. Und eben aus dieser Sicht, Mix oder Master und Sound, ja, der entsteht mit Sicherheit da schon zu 75 Prozent alleine nur durch die Produktion an sich, durch das Arrangement, durch die Soundauswahl. Trotzdem ist es eine super Referenz, um gerade auch Low-End gut einzuschätzen und vor allem die Nummer ist jetzt nicht megamäßig laut gemacht, also die ist, glaube ich, in der Spitze irgendwie bei Minus 8, Minus 8,5 oder so, also Short-Term-LOFS gemessen, hat ein paar Two-Peaks, wie das ja immer noch üblich ist manchmal, ist aber tatsächlich auch gar nicht so dynamisch. Also witzigerweise, es hat keine große Loudness-Range irgendwie, aber es klingt luftig, der weiße Zettel ist mit schwarzen Linien bemalt, aber eben nicht komplett schwarz gefärbt. Und ich kam gerade auf den Frequenzgang, ich habe es mir natürlich auch im Span angeguckt, also im Analyzer und tatsächlich ist das Ding von vorne bis hinten bespielt. Das heißt also, da ist auch durchaus bei 18 bis 20k noch was rum, was ich nicht höre und ich habe dann aus Spaß mal einen High-Cut genommen und habe einfach mal so bis 16k runtergefiltert. Und da war nichts jetzt, weil du letztes Mal gesagt hast, Spotify irgendwie filtert jetzt bei 16k weg. Ich höre das nicht, mein Sohn hört das sicherlich irgendwie, das ist spannend. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch einen, für die Leute, die sich nicht für Mix unbedingt interessieren oder Produktion oder sonst was irgendwie, möchte ich noch einen Hinweis geben. Es gibt bei YouTube, es gab eine Reihe bei 1Live, die heißt Chili González analysiert Popmusik. Chili González ist ein ziemlich versierter Pianist und die haben den einfach, was weiß ich, in so einen Theatersaal reingesetzt und auf der Bühne von diesem leeren Theatersaal steht halt der große Steinway oder was das ist, auf jeden Fall die lange Ausführung und dann sitzt dieser Typ da, sieht aus wie so ein verwachsener, verknochter Keiner, also ja, so ein Typ halt. Typ mit Chili González mit südamerikanischen Wurzeln und so weiter, spricht auch Englisch, ist aber untertitelt und der fing dann diese Videos immer an mit Hi, I'm Chili González, The Musical Genius und dann dröselt der den Song auf und Get Lucky war witzigerweise der erste Song in dieser Reihe, die wir gemacht haben, sehr, sehr spannend und dann dröselt er auf, dass es ja nur vier Akkorde sind und sagt aber zum Beispiel, das sind diese vier Akkorde und wo kennen wir diese vier Akkorde noch her? Wir haben ja einen Daft Punk Song, auch wenn der von dieser Band eingespielt wurde, aber es ist ja ein Daft Punk Song, übrigens das ganze Album ist empfehlenswert, meine Referenz auf dem Album ist Game of Love übrigens und weil da die Bassdrum so geil ist, wenn die drückt, dann ist alles gut, aber das noch am Rande und dann dröselt er halt auf, die Basslinie, die vier Akkorde und dann sagt er Around the World übrigens von Daft Punk, Around the World, die gleichen Akkorde, also das ist quasi der Fingerabdruck von Daft Punk, den die in diesen Song reingebracht haben und er sagt ja, das könnte man sagen, natürlich vier Akkorde von vorne bis hinten durchgespielt, könnte ein bisschen langweiliger, soll ich sein, ja, bei vielen Leuten ja, aber bei Leuten, bei Pros, die damit umzugehen wissen, die können das Spiel spielen und befüllen und dann sind vier Akkorde vollkommen ausreichend an der Stelle und kleine Empfehlung, ich gucke mal, dass ich den Link unten drunter packe, ich habe auch letztes Mal versprochen, dass wir eine Spotify Playlist dafür anlegen, Spotify schon wieder, eine Playlist anlegen dafür, für diese Songs, die wir jetzt hier aufdröseln, auch die dann in den Shownotes oder unter dem Video verkabelt, sodass man da auch mal reinhören kann, von daher, also danke für den Hinweis, es hat einen riesen Spaß gemacht, da nochmal reinzuhören unter den Aspekten und für Leute, die Lust haben, da noch mehr von zu haben, im Premium-Bereich vom Recording-Blog, Link auch unten unter dem Video zum Beispiel, haben wir jede Menge von anderen Songanalysen auch noch drin, das wird jeden Monat neu ergänzt, also lohnt sich auch da reinzugucken. So, das in Eigenwerbung muss erlaubt sein und darf erlaubt sein, aber wir können uns so langsam auch verabschieden. Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist eine der längsten Folgen, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin auch spät gegangen. Das ist, weil wir so gerne hier drin sitzen bleiben wollen, weil wir sind hier, wir haben hier die sogenannte Altbau-Klimaanlage. Dicke Wände. Dicke, dicke alte Wände, also hier ist es wirklich deutlich angenehmer als draußen heute. In dem Sinne, ich weiß nicht, wie das Wetter wird, wenn ihr den Podcast hört. Super. Trotzdem natürlich einen sonnigen Tag und eine sonnige Woche und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Ja, eine Frage dieses Mal. Frage. Eine Frage dieses Mal. Folgendes fragt. Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Oh, den habe ich schon mal gehört. Hammersbald? Hammersbald. So, wir verabschieden uns mit dem Hammersbald und einem sonnigen Gemüt. Macht's gut, bis dahin. Jassas. Ciao. Top, so eine Liste. Also, ich glaube, ein bisschen zu verabschieden. Ich glaube, es macht keine Liste, aber nicht mehr. Oh, das ist ja so schön. Also, ich glaube, das ist ja so schön.